Recht herzlich willkommen zur siebten Folge von Avorion. Ja, ich habe ein paar Astroneten abgebaut. Da sind noch reichlich, die man noch abbauen könnte, aber wir sind jetzt erstmal dazu unterwegs, um hier gucken, dass wir an dem Dock da dran kommen, um dann irgendwie einen Bergbauleser auszutauschen, weil den wir da haben, der ist ja wirklich unter aller, ne? Da müssen wir mal was ändern. Ich hoffe, wir kriegen da was Besseres, aber warte mal, könnte man da nicht jetzt mit F reingucken? Geschützchen verkaufen. Maschinen Schüsse, aber da sieht alles so aus, als ob das jetzt hier nur einfacher Ware ist, ne? Da würde ich sagen, kommen wir gar nicht weiter, ne, oder? Was haben die da? Wiederkaufen, Rekonstruktions-Sort, dem Operaturdock, was haben wir noch? Ja, schwarzes Brett. 16 Solarpanels brauchen die. Ja, könnte ich akzeptieren, will ich aber nicht einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wo ich sie herkriege. Wenn ich das wüsste, dann würde ich das ja mal annehmen, ne? Aber das ist die Schwierigkeit. Haben wir denn irgendwo anders noch was? Was ist das denn hier für eins? F, interagieren, das ist ein Transformator-Fabrik, okay. Kuh erneuern, hatten wir nicht zu wenig Kuh irgendwie? Nicht genug Besatzung. Tja. Das haben die da, ne? Warte mal, wir machen mal hier zwei hin und heuern die an. Geht das? Ich muss angedockt sein, okay. Dann fliegen wir mal gerade hin. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir nirgendwo anecken. Weil das haben wir letztens auch so Schwierigkeiten gehabt. Unsere Bramskraft ist super schlecht, ne? So, dann drehe ich nochmal um. Und bramse etwas ab. F kann nicht interagieren, aber kann ja auch da hinfliegen. Da ist gerade wieder einer gekommen oder gegangen, keine Ahnung. Gucken wir mal, dass wir andocken können da. So. Was ist das da für einer? Ah, der sieht auf jeden Fall cool aus. Komm mal, jetzt hier in die letzten Meter noch. Docken wir. Crew anheuern. Und die zwei haben wir, die heuern wir jetzt an. So, das ist erledigt dann. Dann können wir aber gerade noch gucken, was wir da noch so haben. Güterhandeln, Transformatoren. Könnte ich jetzt kaufen? Ne, oder? Doch, Vorrat 6.400. Ja. Das könnte ich verkaufen, wenn ich es hätte. Das habe ich aber nicht, oder? Ja, ich habe das nicht. Stahl, Plastik, Silber, Silizium, Energiezellen, alles da. Transformatoren. Das Credits 104. Was könnte ich hier? 138 kann ich kaufen, dann sind meine Credits weg. Ich habe nur noch 4.000. Okay, das heißt, wir kaufen da nichts. Crew anheuert. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal zu, dass wir Wonders hinfliegen. Und zwar hier vielleicht hin. Das haben wir da, da waren wir auch schon. Weizenfarm, Essensregelfabrik, Fischfarm, Düngemittel, Gemüsefarm. Ich glaube, das waren alle Stationen hier. Ja, da kommen wir noch nicht hin. Ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, Koordinaten und Innovationskunde eingeben. Los. Dann da raus und ausrichten. Wir müssen in die Richtung. Und Sprung ist berechnet und wir sind weg. Dann sind wir im neuen Sektor. Drücken, um vorzufahren, habe ich gemacht. Okay, Leer-Taste, alles klar. Was denn da? Ein Asteroid. Okay. Da sind Böse. Da ist ein Tor. Gibt es hier irgendwas, was mich interessieren könnte? Was ist das? Handelsposten. Fliegen wir erstmal näher. Und ich gucke mal gerade, was da los ist. Guck mal neu an. Mhm. Okay, das bringt mir aber nichts. Das war falsch, was wir jetzt gemacht haben. Das will ich nicht. Ich will wieder die Map haben, um hier wegzukommen, weil die Herrschaften, die da eben im Hintergrund waren, die sind mir dann doch zu Ungeheuer. Wo sind sie denn jetzt? Ich muss nach dort. Die schießen schon. Das Schiff zeigt in die kalte Richtung. Okay, da sind wir weg. Schon im neuen Sektor. Leerkaste, um vorzudrücken. Und hier ist das Green. Was ist das? Das ist Fischfarm. Das ist Lüngemittelfabrik. Und die anderen Sachen alle. Hier links. Weizenfarm. Essensregelfabrik. Und das untere ist ein Frachter. Ja, da war auch noch was. Gemüsefarm. So, die beiden hatten wir glaube ich schon, oder? Frachter. Und das ist die Essensregel. Und das ist der Fischfarm. Nein, Weizen. So, im Endeffekt würde ich jetzt sagen, bringt uns das hier alles nichts, ne? Weil hier sind keine anderen Stationen. Naja, das ist ein Zwischenhalt gewesen sozusagen. Lass uns weiterfliegen. Ich weiß aber nicht wohin. Ja, dann lass uns mal diese Koordinaten nehmen. Und auf geht's, oder? Aber jetzt erst. Und nochmal. Kommen wir schon hin? Ja, wir kommen schon hin. Da, einmal Koordinaten eingeben. Und Map raus. Und Sprungroute berechnet. Geht nicht, wegen kein Sprit. Jetzt aber. So, sind wir am neuen Ziel, oder? Das sieht doch gut aus hier. Was ist das? Edelmetallmine. Okay. Und da sind Handelsposten, oder? Was ist das? Ressourcendepot. Hört sich auch gut an. Edelmetallminen. Sind lauter Metallminen. Ressourcendepot, oder? Das ist... Ja. Oder ist das Ressourcendepot, ne? Ne, F wollte ich haben. Okay, ich denke mal, da fliegen wir definitiv schon mal erstmal hin. Oder? Bringst du das? Nächste Frage. Wir können da was verkaufen. Dann kriegen wir Credits. Wenn wir Credits haben, können wir definitiv... Äh, sag schon. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir schlecht bremsen konnten, ne? Da rum ist ein Handelsposten, ne, oder? Da rum ist ein Handelsposten, ne, oder? Okay, das wäre das, was wir kaufen können. Aber wir wollen da hin. Okay, geht. So, irgendwo anlocken. Wo ist er? Wo ist er? Da oben. Gut, passt. Angedockt. So, ich denke mal, wir sollten hier etwas verkaufen. Und zwar... 4.000. Wieso können wir nur 8.000... Ah, das wollen die wahrscheinlich nur haben, oder was, ne? Und dann haben wir noch einmal... Ja, verkaufen mal. Fertig. Okay, wir sind da wohl vorbeigeflogen. 100,0,1. Jetzt können wir anlocken. Krass, oder? Ja, ich muss F drücken. Warte mal, ist das jetzt immer noch nicht? Ist immer noch nicht. So, jetzt aber. Haben wir gemacht. Wir haben jetzt 20.000 Credits. Eisen 7.000. Vielleicht sollen wir noch was verkaufen? Titan haben wir 11. Kaufen können wir hier nichts. Die haben nichts, ne, oder? Nein. Nur Eisen haben die. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Da ist ein Sprungtor. Da ist der Handelsstation. Bringt uns aber auch nichts. Handeln ist zwar super, aber jetzt nicht wirklich toll. Jetzt müsste man das mal anklicken können, ne? Dann wären wir mal schon glücklich. Das würde gleich irgendwo gegenfliegen. Da habe ich auch keine Lust zu. Tausende von Symbolen, die ich anklicken kann. Aber das, was ich haben will, das geht nicht, ne? Äh, lauter Asteroiden kriege ich. Äh. Shit. Wo ist denn dieses dicke Ding? Boah, das ist so das? Ne, ne? Da wäre ich ja beinahe gegen geflogen, ne? So groß wie der war. Wo ist denn jetzt dieser Abreißapparat? Da ist einer, aber der war das nicht. Das ist der. Ich sehe jetzt auch leider keine anderen Saschan-Asteroiden. Die interessant wären jetzt abzubauen, ne? So weiß, ne? Viel Titan. Ist das jetzt diese Edelmetallraufhänderie eigentlich? Ne, ne? Die hat er mir doch angezeigt. Ach, da ist er. So. Mehr Fremdallraufhänderie, okay. Hier geht es gleich rund sozusagen. Und da kann man irgendwo docken. Aber ich kann ja erst mal F drücken, ne? Und gucken, was die da haben, ne? Wenn ich da jetzt hole. Silber und Platin haben die. Oder jetzt. Brauche ich auch nicht wieder, ne? Ist das gleiche in grün. Wir müssen das gar nicht haben. Wichtig wäre jetzt hier irgendwo da Titan abbauen könnten. Das wäre viel wichtiger. Ist hier aber nix. Ja. Jetzt mal hier noch ein bisschen rumfliegen. Der Nebel ist ganz schön dicht, ne? Da muss man aufpassen, dass mir das so gegenknallt. Alien-Schiffe sind aufgetaucht. Auch schön, ne? Da oben wird angezeigt, ne? So in rot sogar, dass ich viel zu schnell wahrscheinlich bin. Das ist nicht gut. Das ist auch so eine Bergbaustation. Ja, aber wir wollen jetzt gerade erst mal noch was machen, fällt mir ein. Wir wollten ja auch diesen, sag schon, Vorrats. Wir sind doch auch hier. Eisenquartier, Frachtraum, Eisenkorrekturdüsen. Richtige Korrekturdüsen sind das. Eisen-Geruf, aller Angst, Nährwiderstandskraft. Da müssen wir mal gucken, was das alles ist hier. Der Dreckheitsdämpfer. Ich glaube, diese Subraum-Dinger da, die müssen wir noch machen, damit wir auch bremsen können, ne? Was ist das für einer hier? Eisen-Light. Leuchtet. Eisen-Solar-Panel, ne? Sieht jetzt alles nicht danach aus, als ob das das ist, was wir brauchen. Ja, ich glaube, wir machen das, was wir jetzt gerade haben, mal dran. Dafür müssen wir es ein bisschen umbauen. Was war das jetzt? Die Bremse, ne? Das können wir schon so machen und das wäre jetzt... Ah, so ist das auch gut, oder? Irgendwie müssen wir die Kiste ja gebremst kriegen. Ich würde sie jetzt hier erstmal dran machen wollen. Und auf der anderen Seite genauso. Und dann gucken, was sich da verbessert. Wir brauchen immer noch einen Kanonier. Fehlt auch noch. Aber den brauchen wir schon eigentlich gar nicht mehr, weil wir den haben wir schon, ne? Schiffsmenü, war das da? Kauft haben wir doch welche. So, und schon ist das schon mal erledigt. Und wir haben noch einen sogar über. Und den packen wir... Was war das hier? Security. Machen wir das doch. Fertig. Haben wir da eigentlich was? Nein. Ja, da ist die Energieverteilung. Wenn wir die anders verteilen, kann das sein. Aber eigentlich wollte ich da jetzt nicht dran rumfummeln. Und sollen dann hier noch vielleicht was machen. Wo sind sie denn diese... Eisenquartiere. Oder gab es das nur in Titan? Das ist Dingens. Rachtraum. Quartiere. Rakturdüsen. Ich glaube, das gibt es nur in Titanform. Kann das sein? Das wäre schlecht. Weil Titan haben wir nicht. Hier ist es. Hier, diese Dinger. Ja, Titan-Integrationsfeld-Generator. Titan-Generator. Und Titan-Energie-Container. Das sind die Klamotten, die wir brauchen. Oh, das wird sogar noch mal gehen, ne? Was ist das jetzt? Energie-Container. Öl-Energie-Speicher. Den packen wir da drauf. Zack. Das müsste da ja ein bisschen besser sein, ne? So, B können wir dann verlassen. Und ich glaube, wir sollten auch komplett hier verlassen. Einfach aus dem Grunde, weil da zu viele Fremde sind. Nur, wo fliegen wir hin? Hier leuchtet ziemlich viel Grün. Lass uns diese Richtung eingehen. So. Das Blaue ist da lang. Und wir fliegen da lang. Wenn dann der Computer ja sagt. So, zack. Weg sind wir. Gut. Was gibt es hier? Nichts gibt es hier. Toter Sektor. Gut. Dann würde ich sagen, da noch mal hin. Gucken, was da los ist. Springen wir jetzt rein. War noch nicht so weit. Okay, zwei Sekunden zum wieder heraufladen. So, auch noch nicht. Shift zeigt in die falsche Richtung. Ja, das sollten wir dann noch korrigieren. So, dann sind wir in einem neuen Sektor. Hallo? Ja, oh, das sieht aber cool aus hier. Ja, aber dann würde ich erst mal sagen, wo wir hier so tolle Ringe haben an dem Planeten, unterbrechen wir hier die Folge. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weitergucken, ob wir hier Titan finden oder sowas. Was da alles so ist. Das ist schon mal Gaskollektor und das ist Ressourcen-Depot. Das ist ja schon mal was. Na, da kann man dann vielleicht auch was kriegen. Aber nicht das, was wir brauchen. Okay, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.